Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Novene zum Segenfacher vom Allgäu, Augustinus Hieber. Sechster Tag, Einleitungsgebet. Lieber guter Pfarrer Hieber. Du hast während deiner Zeit als Seersorger vielen Menschen helfen dürfen. Schau jetzt auf mich und mein gegenwärtiges Anliegen. Anliegen nennen. Bitte bei Gott fühl mich, dass ich von allen Bösen, von Krankheiten, allen falschen Bindungen und Verstrickungen befreit werde und bewahrt bleibe. Hilf mir zur Versöhnung mit Gott und mit allen Menschen, um eine neue Zeit des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe einzuleiten. Segens, Pfarrer Hieber, hilf Begleiter und segne mich und meine Familie. Pfarrer Hieber, bitte für uns. Amen. Lieber guter Pfarrer Hieber, du hast dich in schwerer Zeit vertrauensvoll an das göttliche Kind gewandt und auf wunderbare Weise Hilfe erfahren. Ich übergebe dir all unsere Kinder und Jugendlichen und bitte den Herrn, der gesagt hat. Lass die Kinder zu mir kommen. Begleite, segne und beschütze sie. Lass uns alle in Gottes Liebe geborgen und unsere Priester Vorbilder für unsere Gesellschaft sein. Pfarrer Hieber, hilf mir bei meinem Beten. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns als Kinder, der mich, der uns als sein Kind liebt und segnet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns als sein Kind liebt und segnet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns als sein Kind liebt und segnet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns als sein Kind liebt und segnet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns als sein Kind liebt und segnet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns als sein Kind liebt und segnet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, Jesus, der uns als sein Kind liebt und segnet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns als sein Kind liebt und segnet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns als sein Kind liebt und segnet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns als sein Kind liebt und segnet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es war im Anfang, so auch jetzt und allerzeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle. Füge alle Seelen in den Himmel. Besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Schlussgebet. Ein mächtiger, ewiger Gott. Du hast deinen Diener, Pfarrer Augustinus Hieber, zum guten Hirten für deine Herde bestellt und ihn mit großen Gnadengaben beschenkt. Ich bitte dich, erhöre mich auf seine Fürbitte und schenke mir die erbetene Hilfe in meinem gegenwärtigen Anliegen. Ich berufe mich dabei auf das Heilige Evangelium, in dem es heißt Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Johannes 14,13 Alles für dich, alles mit dir, dein Wille geschehe. Lob und Dank, Preis und Anbetung sei dir, Gott dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist in aller Ewigkeit. Gebet um Seligsprechung Guter Gott, ich danke dir für die großen Gnadengaben, die du Pfarrer Augustinus Hieber geschenkt hast. Auch nach seinem Tod hast du unzählige Menschen die Kraft seiner Fürbitte erfahren lassen, indem du ihnen in ihren zahlreichen Anliegen und Nöten geholfen hast. Ich bitte dich durch deine unergründliche Liebe zu uns Menschen um zahlreiche Priesterberufungen und um die Seligsprechung unseres guten Segens vor Errs vom Allgäu. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Amen. Vielen Dank.